Jo Freunde, was geht ab? Ich bin Sam wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich neu in dieser Saison Woche 7 Aufträge. Auftrag Nummer 5 und zwar Eliminiere Spieler mit exotische Waffe. Das ist eine exotische Waffe. Wo bekommt ihr die her? Kommt ihr aus Holothroren? Was braucht ihr, um die zu öffnen? Ihr braucht Schlüsse. Schlüsse findet ihr in Throren oder auch findet ihr die auf Boden. Ihr geht zum Beispiel jetzt zu der Holothkisse. Für eine exotische Waffe benötigt ihr zwei Schlüsse. Ihr gebt zwei Schlüsse ein, bekommt eine exotische Waffe und damit müsst ihr jetzt drei Gegner eliminieren. Leute, bei mir hier ist jetzt ein Gegner und den müsste ich jetzt einfach mal eliminieren mit der exotischen Waffe. Wir versuchen es mal. So, zack, ich habe ihn eliminiert und somit haben wir auch eins, zwei und drei. So Leute, hier drin ist ein Gegner. Wir pushen ihn einfach mal. So, zack, ich habe ihn jetzt auch mit der... Das hier ist ein Schlüssel, Leute. Und ich habe ihn gerade nochmal eliminiert mit der exotischen Waffe. Hier ist ein Gegner. Versuchen wir ihn auch mal zu eliminieren. Okay, schade. Hier unten ist ein Gegner, Leute. So Leute, da vorne war ein Gegner. Ich habe ihn eliminiert. Somit haben wir drei von drei Eliminierungen mit einer exotischen Waffe, Leute. Und so einfach geht es. Ihr müsst einfach mal auf den Gegner draufziehen. Ich spiele hier gerade den Gruppenkeil-Modus. So einfach geht es, Leute. Hier auch die nächste Eliminierung. Und somit haben wir den Auftrag abgeschlossen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, gefallen. Lasst gerne einen Like, Daumen, nehmt gerne meinen Kanal. Lasst Glocken, die ihr euch keine Videos mehr verpasst. Dann würde ich euch sagen, war es schon mit dem Video. Und ciao. Haut rein, bis nächstes Mal. Tschüss. 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 Tschüss.